Viele Menschen, die ich kenne, beschäftigen sich mit Spiritualität, weil sie das Ziel haben, glücklicher zu werden, als sie derzeit sind. Und das macht natürlich Sinn, dass wenn man die innere Fülle erfahren will, dass man sich mit Themen beschäftigt, wie der Spiritualität. Gleichzeitig ist es nicht wirklich das Ziel der Spiritualität, wirklich glücklicher zu werden. Und warum das ein scheinbarer Widerspruch ist und was davon jetzt korrekt ist und was davon nicht korrekt ist, darum geht es hier in diesem Video. Ich hatte es eben schon gesagt, schön, dass du wieder hier bist. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich mit dir genau diese Thematik besprechen. Spiritualität, bringt das jetzt was in Bezug auf dein persönliches Glück oder bringt es nichts? Und die Antwort ist wieder mal nicht schwarz oder nicht weiß, sondern ein bisschen aus beidem. Es sieht nämlich folgendermaßen aus. Die meisten Menschen verstehen darunter, glücklicher sein zu wollen, dass sie, wenn sie sich lange genug mit Spiritualität beschäftigt haben, auf einem Level sind, wo sie durchgehend 24-7 in so einer Art high sind oder in so einer Art durchgängig glücklich sind in Bezug auf das Glück, was sie kennen, wenn sie sich beispielsweise neue Schuhe gekauft haben, frisch verliebt sind oder ein extremes Erfolgserlebnis hatten. Und all diese eben genannten Beispiele haben nicht wirklich was zu tun mit dem Glück, welches man durch Spiritualität erfahren kann. Und jetzt mag der eine oder andere denken, wie kommt das? Warum ist das so? Das widerspricht sich doch. Auf der einen Seite soll ich glücklicher sein dadurch, auf der anderen Seite nicht wirklich. Was ist denn jetzt der Fall? Ich rede in der Regel, wenn ich über Glück rede, über zwei verschiedene Arten von Glück. Das eine ist Happiness. Und Happiness ist dieses kurze hedonistische Glück. Du fährst in Urlaub, fühlt sich super gut. Du kaufst dir neue Schuhe, ein neues Auto, fühlt sich mega gut an. Aber nicht besonders lange, denn das Glück geht wieder bergab. Das heißt, du hast so eine Zickzack-Form. Und diese Zickzack-Form wird bestimmt durch Hormone beispielsweise wie Serotonin, Dopamin, Endorphine und so weiter und so fort. Dieses Glück, diese Art von Glück ist nicht wirklich das Glück, über das wir reden, wenn wir über Spiritualität reden. Denn das Glück, was du durch Spiritualität erfahren wirst, ist weniger ein Glücksgefühl, sondern es ist eher ein Zustand. Und eben dieser Zustand als Folge davon, wenn du dich intensiver mit Spiritualität beschäftigst, hat nichts damit zu tun, dass du weniger diese Zacken hast, sondern nur noch hier oben fährst. Und am Endorphin-Limit, sag ich mal, und den ganzen Tag so durch die Welt läufst, das ist weniger das Ziel von der eigentlichen Spiritualität. Das Ziel von der Spiritualität ist viel eher, dass du weiterhin diese Ups und Downs im Leben hast, die gehören dazu. Das ist enorm wichtig. Stell dir mal ein Lied vor von Beethoven. Und jetzt stell dir mal vor, du denkst dir, na, die Tiefen, die Tiefen in dem Stück, die gefallen mir nicht. Ich schneide die Tiefen komplett raus und lasse nur die Höhen da. Das wird sich nicht anhören. Erst der Kontrast macht das Lied zu dem, was es ist. Nur die Höhen würde nicht wirklich was bringen. Und genauso ist es auch in Bezug auf das Leben. Das heißt, die Ups und Downs ist nichts, was wir durch die Spiritualität loswerden wollen, indem wir die Tiefen rausschneiden. Und nur die Höhen da lassen. Und das ist nicht der eigentliche Punkt. Was wir viel eher wollen, ist, dass diese Ups und Downs unser Leben nicht mehr regieren. Das heißt, dass wir uns nicht nur gut fühlen, weil wir jetzt gerade einen Hoch haben und zutiefst betrübt sind, wenn wir gerade einen Tief haben. Sondern, dass wir durch eine Zustandsveränderung immer mehr werden zu dem Beobachter der eigentlichen Vorgänge in uns. Immer mehr erkennen, dass wir in letzter Instanz Geist sind und nicht Materie ausschließlich. Hier unser physisches Ich, unser Körper sind. Das heißt, in dem Moment, wo wir immer mehr zu dem Geist werden, zu dem Beobachter werden, werden wir immer mehr derjenige, der merkt, okay, jetzt heute fühle ich mich gut, super, heute ist ein nicht so cooler Tag. Ja, macht ja nichts. So ungefähr. Das heißt, wir bekommen mehr Leichtigkeit im Leben. Wir bekommen mehr Leichtigkeit. Wir gehen mehr, wie viele sagen würden, mit dem Strom des Lebens. Wir sind mehr im Fluss. Wir go with the flow, würden manche sagen. Wir sind mehr im Jetzt, denn es gibt wahre Höhen und Tiefen nie wirklich im jetzigen Moment. Im jetzigen Moment gibt es nur das Jetzt. Höhen und Tiefen sind meist die Folge davon, wenn wir aus dem jetzigen Moment rausgehen und mental diese Momente überdenken oder zerdenken, in denen wir uns aktuell befinden. Und das ist viel eher das Ziel der Spiritualität. Das Paradoxe an der Sache ist, wenn wir diese Zustandserfahrung gemacht haben, nachhaltig, auf einer tiefen Ebene, dann macht uns das faktisch glücklicher, weil wir unabhängiger sind. Wir sind unabhängiger von den Dingen, die uns in unserem Leben widerfahren und wir sind selbstständiger in Bezug auf das, was wir in unserem Leben erschaffen können. Denn das macht natürlich nur Sinn. In dem Moment, wo du dich von Tiefschlägen in Bezug auf das Leben, von dem Leben komplett aus der Bahn werfen lässt, bist du natürlich nicht mehr so autark und so selbstständig, um jetzt Eigeninitiativ etwas dagegen zu tun oder das Leben in andere Richtungen zu steuern. In dem Moment, wo du merkst, okay, das war ein Rückschlag, aber du bist nicht die Emotion, du bist nicht die Negativität, sondern du bist der Beobachter, hast du natürlich einiges mehr Leichtigkeit, genau aus diesen Momenten zu lernen und zu sagen, okay, das war wohl nicht der richtige Weg, jetzt gehe ich da lang und mache es besser. Und genau diese Leichtigkeit ist das, was das Leben am Ende des Tages für dich faktisch dennoch glücklicher macht, obwohl es eben nicht genau das Glück ist, was wir darunter so oft verstehen, und zwar diese oberen Spikes des hedonistischen Glücks. Das heißt, die Antwort ist, ja, Spiritualität macht dich glücklicher, aber nein, nicht auf die Art und Weise, wie sehr viele Menschen denken, wie spirituelles Glück ein glücklicher machen würde. Und wenn sich das interessant für dich anhört und wenn du denkst, wow, das macht Sinn, dann habe ich hier unter diesem Video einen Link für dich zum Life Transformation Coaching und da bekommst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit an die Hand, wo du all das von der Pike auflernst, in der richtigen Reihenfolge, mit den richtigen Schritten, denn das muss klar sein, ich habe hier anderthalb tausend Abonnenten und ich versuche möglichst viel Inhalt zu packen in möglichst kurze Videos, damit ich möglichst viele Leute erreiche, aber das ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn du wirklich gecoacht wirst von mir, an die Hand genommen wirst und von der Pike auf, mit persönlichem Austausch, alles wirklich von Grund auf lernst. Trotzdem, schön, dass du bis hierhin dabei warst und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin wünsche ich dir nur das Beste, Adios.